Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Wir sind in den Streams ziemlich weit gekommen. Es fehlt uns dennoch mindestens ein Level, damit wir endlich länger Nuggets antreten können, wo wir dann eventuell auch eine Chance hätten. Das möchte ich jetzt noch fertig machen, dieses Level. Und ich hoffe auch, dass wir dann bis Montag, dem letzten Event-Tag, Anubis besiegen können. Was haben wir da noch? An Zugang, ok. Ja, ansonsten wünsche ich viel Spaß und wie immer mir beglückt. So, wir haben da jetzt eigentlich alles. Sie möchte ja schon rüber. Hä, wir sind natürlich im Stream da rüber, oder? Der springt schon wieder falsch. Oh Gott, das fangt ja schon super an, die Frage. Höher, hoch, bitte, danke, höher. Also ja, eigentlich hätte ich unten bleiben können. So, ich kann ja da rein sparen. So, ich kann ja da rein sparen. Und alle hier. So, ähm, oder? Tauschplatschen. Äh, wo hin? Da lang. Wir müssen den Feldherrn suchen. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh, das ist ja schockdunkel. Ich glaube, so dunkel ist im ganzen Spiel noch nicht. Oh, das ist ja da. Du hast denn ein Theater hat es in einer in der Höhe, die wir haben seit das Gräbe, die wir ausziehen können. Wir haben auch nicht viel Zeit, aber von dem her müssen noch viel weiter machen. Ok, wir kommen uns in den Kierke an. Die Frage ist über unsere Ingers, wo sind wir? Hä, wo sind wir? Das ist mein Schatz da so. Was ist da? Da ist ein Schatz. Da sind wir. Da ist ein Gegner. Da ist nix. Da ist noch einer. Und ansonsten... Das schaut eigentlich recht gut aus. Ok. Wir müssen einen Stock weg... Danke. Okay. Wir müssen einen Stock weg höher. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Wir kommen rein. Das ist ein Schatz. Hier ist ein Schatz. Und jetzt kommt er. Ich will den Kiel gegen den Kiel kommen. Das ist ein Schatz. 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 Das ist eine Schatz. Warum geht es nicht weiter? Okay, passt. Hätte er nicht noch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, das war ein wenig Thiel. Ich dachte, ich kann mit einem Schlag niederrichten. Was ist das? 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 Ah! Ok erwischt, das war ein Kommentant. Es waren nur Fälle. Wo gibt's Fälle? Oh, das war's. 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 Oh, komm, geh doch drauf. Oh, komm. 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 Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet wird, sterben, Feldherr. Oh, alles zu früh. Nein, es klingt gerade aus. Oh, das ist doch relation. Säge habe ich einen Gugанов? Volentus! Ok is non bono. Quidagis? Oh! Oh, das ist etwas? Und dann mal nen Schatz. Ah komm. 46. Warte, warte, das ist ... Warte, warte, warte! Und dann schau dir die Hände! Warte, warte! 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 Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! So, dann nebenauftrag Uh! Okay, Strategie! Ist das hier? Ja, nein. Gericht. Habt ihr. Ja, gut, das ist irgendwo. Ähm, irgendwo ein Feuer. Ja. Was ist jetzt da drin oder nicht? Hä? Was ist drin? Was ist drin? Was ist das? Ja, passt. Ah, das sind die 13 Meter oder hinten sind die 43. Am besten wär's gleich gegen Feuer, ne? Ja. So. So, mal so, dann kommt man an. Oops. Oh. Oh. Jetzt wieder fragte ich mich selber ab. Ah, wo geht's Zeit für den? Okay, Schleichweg. Schleichweg, der zu Ziegen führt. Ja. Oh, rauskürstet. Das zieht der Teile. Und dann hoch wieder. Wir können wieder rein. Oh, rauskürst du dich. Oh. Oh. So, die Welt hat. Oh. Nein. Ist es da rein? Mann, fah. Oh Gott, ich freu ihn nicht. mit rubius wird wissen wollen dass seine formel wieder sicher ist ich glaube ich bin schon wieder in einem Ferngebieter ist ah stimmt, da kann ich auch, ok, so kommen wir zurück da geht es nämlich gerade zurück und da müssen wir nicht irgendwie hochlaufen ja, jetzt ist eigentlich ein Stück hoch, aber das war es dann schon wieder ja, jetzt bin ich richtig fast oh, ok das ist auch immer noch eine andere Kurschule, das ist ja auch eigentlich schon wieder weit weg so und hoch ach komm schon, ist es wirklich so weit gewesen da darf man da haben, ein Quedult, das Seife entlang ja doch Super. Flavius hat Agrippas Stolz und Ehrgeiz mit dem Gerede von Imperien genährt. Ich fürchte, der Weg, den seine Anhänger gewählt haben, wird vielen den Tod bringen. Am Ende ihren eigenen. Aber du bist ein guter Mensch, Vitruvius. Ich sah es in deinen Worten und Taten. Ich tue mein Bestes. Danke nochmal, Bayek von Siva. Du bist ein wahrer Beschützer deines Volkes. So. Ach komm, wirklich. Was kommst du jetzt an? Kaffee die und Simon die Freiheit nehmen. Wo ist der Steinbruch? Vielleicht will ich da nicht regieren. So runter, ok. Pferd. So. Ja, dass der Ingo die kompletten Kuchen ausbrauchen muss. Kann doch mal abkürzen auf, oder? Ja. Wer kriegt sich doch selber. Frisch das, du Ratte! Ja. 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 Wiesel! Wiesel. Oh Gott! So, ich auch heute noch können, dass die Zone der Puls, ne? Nein, 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 nein. Ah, ich habe ihn gemacht. Was ist der feiger Hund? Da kommt noch einer. Okay, komm. So, wir holen jetzt den Huppi. Huppi. Getötet und einfach zurückgelassen. Das ist das Zeichen des Ankh. Arme Hapti. Okay. So ist der X nicht mehr lange. Wo ist er? Was? Ach, komm, John, geh schneller. Letzter. Oh. Haptis Frau wird das als Andenken haben wollen. Nei Pressure in Puerh. Ich habe Duplex. Yeah, ich habe Klärtbein. So, vielleicht schaffen wir es ja dann auf 37. Dann können wir es gleich mal in der nächsten Folge probieren. Gerne, Nubis. Dann müssen wir es ja im nächsten Folge wieder nicht schaffen. Dann müssen wir noch einen Stream machen. Aber ich glaube, ich will euch auf jeden Fall das noch zeigen. Bevor das Event zu Ende ist. Was geht denn? Bist Du Haptis Geliebte? Ich weiß, warum Du hier bist. Er ist tot, oder? Hapti. Es tut mir leid. Es gab einen Aufstand am Steinbruch. Er... Nein, ich möchte es nicht wissen. Er war immer so ein Hitzkopf. Wie konnte er uns nur so verlassen? Ich habe seinen Arm reif. Er wollte, dass Du ihn bekommst. Was bringt mir ein Arm reif? Mein Kind wird ohne Vater aufwachsen. Danke für die Botschaft. Du bist ein guter Mann. Aber bitte, lass mich mit meiner Trauer alleine. Ich bin nur eine weitere Frau, die die Römer zur Witwe gemacht haben. Das ist der Krieg, von dem keiner spricht. Ja. Aber jetzt komm. Na bitte. Schauen wir es auch. Okay. Boah, es wird alles so weit weg. Karpetieren. Okay. Haben wir da irgendwas in der Nähe? Ganz schnell reif. Und dann näher. Gut, da sind wir gar nicht drüben, ne? Ah. Ja, komm. Karpetfall. Und Mission. Die Kreuzigung steht jetzt in der Hauptschluss nach Karene. Was, wer wollte ich da jetzt angreifen? Eih, was? Achso, okay. Sie wollte auch nicht mich. Hey, das ist der kürzeste Weg. Ah, Herr, Herr, Ruh. Klio. Kabe, ne? Das riecht der Schlachtrus. So, sind wir noch 600 Meter los? Kochertieren? Achso, ich muss ihn retten. Ich finde ihn retten, die Freiheitskämpfer. So, ich film mir schon noch. Wir waren ja noch. Geh, geh in die Flammen. Flavius wird deine Verbrechen von... Oh, ey. Yes. Ich töte dich. Nein. Was hat er denn? Was hat er denn jetzt noch? Wie greift es mich an? Das passiert mit den dreckigen Ratten, welche die Republik... Reiß dir die Eingeweide raus. Oh, sie sind immer stehen geblieben. Komm. Hier finden die Kreuzigungen statt. Aparthe muss hier irgendwo sein. Okay. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das muss ich reparieren. Okay, wo ist er wieder? Die Meer rett. Mit des Versuch. Komm. Mach schon was gut aus, ne? Bayek? Ihr rettet vom Helden meiner Kindheit? Unglaublich. Es ist so lange her. Wir sollten erst einmal hier verschwinden. Diese Schweinehunde werden Verstärkung schicken. Wir sollten hier nicht bleiben, Bayek. Nein, er ist weg. Was ist denn? Ja. Ich habe befürchtet, dass du es bist, Aparthe. Ich ertrug nicht, wie die römische Seuche sich verbreitet. Hast du gehört, was sie in Siva getan haben? Ich sah es. Hast du sie angegriffen? Ja. Ja. Der Hauptmann des Presinus-Feldlagers, Severus, ist ein psychotischer Schlechter. Jeden Tag findet er neue, kranke Arten, unser Volk leiden zu lassen. Und nachts geht der Gott weiß wohin und schmiedet seine Pläne. Wenn Severus lebt, ist der Aufstand nichts als Schall und Rauch. Es waren deine Stärke und Einstellung, die Remo am liebsten hatte. Damals waren meine Tage mit Freiheit gefüllt. Dein Junge und ich jagten, lachten, lebten. Das ist alles, was ich für meine Kinder will. Dann werde ich den Peiniger töten, Aparthe. Sieh ihm in die Augen und mach ihm klar, dass er ein Stück Scheiße ist. Ich rufe meine Freunde zusammen. Wenn du den Außenposten angreifst, schließen wir uns die an. Na bitte, geh mal wieder für Stärkung an. Da oben ist der Außenposten. Tagsüber ist Severus in. Okay. Also entweder wir warten jetzt nach da. Oder wo er wirklich nur die treuesten Männer mit hat. Ich glaube, das wäre einfacher. Dann bleiben wir eben vor dem Lager. Vor dem Lager. Vor dem Lager darf ich euch recht herzlich für das Dusche bedanken. Ich hoffe, ihr schaut euch auf das nächste Mal wieder an. Ich wünsche euch alles. Bis dann. Tschüss. Baba. 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 Baba.